Gibt's jetzt immer noch keine neue Folge von Playmobil's Next Topmodel der Sommeredition? Ich warte schon seit Wochen da drauf. Ich schaue auch ständig bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Leider keine neue Folge, mir reicht's langsam. Hm. Komm, wir schreiben einen Kommentar. Wann kommt die neue Folge? Genau, wann kommt die neue Folge Playmobil's Next Topmodel Sommeredition? Schau mal Lena, das haben schon ganz viele in die Kommentare geschrieben. Hm. Wir sind nicht die einzigen, denen das aufgefallen ist. Was ist denn nur los bei denen? Die Folge soll mal langsam kommen. Ich werde schon ganz ungeduldig. Hey, da hinten ist Raul von Playmobil's Next Topmodel. Raul, hey. Hinter her. Raul, hey. Was ist los? Wann kommt denn die neue Folge? Ich warte schon seit Wochen. Ich auch, seit Jahren. Ist Gabi krank? Geht's euch nicht gut? Gibt's überhaupt noch Models? Was ist mit den Models los? Mann. Raul, antworte doch mal. Hey. Kinder, Kinder. Ich muss mich erst mal setzen. Ich weiß es doch auch nicht, wann es weitergeht. Seit Wochen versuche ich Gabi zu erreichen. Aber sie geht einfach nicht an ihr Mobiltelefon ran. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verspreche euch, es geht auf jeden Fall weiter. Ich setze mich dafür ein. Also gut, ich werde es noch einmal probieren und sie auf ihrem Telefon anrufen. Hallo, hier ist Gabi. Ah, hola Gabi. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen wollen, bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepton. Nur der Anruf beantworte mal wieder. Ah, hier ist es so schön. Ich lasse mir einfach die Sonne auf den Pelz scheinen, schlürfe einen schönen kühlen Cocktail und lasse es mir so richtig gut gehen. Einfach herrlich. Ähm, Gabi? Das Telefon klingelt. Willst du nicht rangehen? Hm, nein, nein. Lass es nur klingeln. Ich bin hier im Urlaub. Ich lasse mich von nichts abbringen. Ola, Gabi. Was ist los? Wo bist du? Die Kinder laufen mir die Bude ein. Wann kommt die nächste Folge Playmobil's Next Topmodel? Lass mich doch nicht hier im Stich, Gabi. Meld dich endlich. Dein Raoul. Ach, Raoul. Du müsstest einfach mal mehr entspannen. Machst doch einfach so wie ich. Ich werde dich schon irgendwann zurückrufen, aber jetzt gerade nicht. Wobei, ach, ich bin glaube ich jetzt schon Wochen hier auf diesem Boot. Und irgendwie ist mir auch ziemlich langweilig. Ach, es fühlt sich irgendwie gut an, zu Hause zu sein. Hm? Wonach riecht es hier denn? Es riecht nach einer neuen Folge von Playmobil's Next Topmodel, der Sommeredition. In Kürze hier bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Bis bald, ihr Lieben. leer und �ht dir. hitting ab. Bei Musik. Bis bald.